So, da sind wir wieder mit im Nether. Wir melden uns aus dem Nether zurück mit einem weiteren Part, Let's Play Minecraft. Wir machen jetzt gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar habe ich jetzt kurz meinen Unterstand gesichert und habe bei oder zwei Lethers gegeben und jetzt geht's weiter. Gut, dann verpiss dich mal. Mist, die Tür kann man noch gar nicht zumachen. Ah, fuck. Warum geht denn das jetzt nicht? Fragezeichen. Was? Meine Tür funktioniert nicht. Ah, jetzt. Wow, 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 wow. Ich glaube, man kann immer nur einen Schalter zur Zeit ranmachen, ne? Toll, dann muss der ja von beiden Seiten... Hä, wie soll das denn gehen? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah. Toll, ich habe meinen... Scheiße. Ich habe meinen... Ich habe den Button abgebaut und dann daneben ist Feuer und dann ploppt er da natürlich genau rein, ey. Ah. Zum Glück habe ich hier noch Cobblestone. Ärgerlich. So, ich habe eine Idee, guck mal wie... Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber kannst du ja mal bei mir gucken. Ja, guck so. Ja gut, aber das Problem ist dann, das ist eine Schwachstelle im Mauerwerk. Du bist ein Schwachstelle im Mauerwerk, na und? Na gut. Ich glaube, die sehen uns dadurch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Durch Zäune sehen sie uns jedenfalls nicht. Ja. Gut. Gut, da haben wir jetzt schon mal unsere kleinen Residenzen. Sehr gut. Ich mache mir mal zwei Schilder, dann kann ich die ausschildern. Oder auch nicht. Nein, 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 nein Kannst du mir ja mal ein bisschen helfen. Ja, das Vieh ist tot. Lass sie auslöschen. Wo kommen die alle hin? Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist. Resident wahrscheinlich nicht. Aber jetzt ist es richtig geschrieben. Ich hab das jetzt so entschieden. Tommy ist schneller, Resident. Alles nur wegen dir. Ich verschwinde. Jaja, jetzt verschwindest du schnell. Hier erstmal alles kaputt machen. Ist mir viel zu gefährlich. Dieses Mal brauchen wir unbedingt Pfeile. So ist jetzt hier keiner gut. Wow, 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 wow. Gut. Ich dachte schon eben, hier greift jemand an. Das ist echt geil, die Dinger. Dahinten ist irgendwas großes glaube ich. Da müssen wir dann gleich mal hin. Ja. Ja. Oder erstmal... Nee. Nee, nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Erstmal muss ich jetzt kurz ein bisschen Hetherrack abbauen. Ich mach jetzt an der einen Seite mach ich jetzt mal eine Holztür. Ja. Wollte ich nur noch 6 Eisen hab, das würde zwar reichen, aber ich will mir noch ein bisschen... Ich will noch ein bisschen behalten, das ist mir sonst zu Risiko reich. Ja. Ich hab zwar Diamantwerkzeuge, die nicht so schnell kaputt gehen, aber trotzdem. Nicht irgendwelche anderen. Zum Glück kann man Holztüren auch mit einem Schalter auf und zu machen. Ja. Deswegen hab ich das jetzt auch schon mal. Obwohl ich hier gar keinen Schalter brauche, die kann man ja auch so machen. Mist. Egal, jetzt lass ich so. So, ich mach jetzt mal eine Kiste, wo ich hier so ein paar Sachen rein tu. Und dann können wir mal ein bisschen weiter erforschen von mir aus. Ja. Ich will nämlich nicht hier alles mitnehmen, weil so ein paar... Bisschen Essen tu ich da rein. Und so ein paar wertvollere Sachen. Oder Sachen, die wir gefunden haben. Zum Beispiel das und das und Clothstone. Eisen tu ich da rein. Die Karte tu ich da rein. Und die Hector vom Essen tu ich da rein. Gut, der ist freundlich. Gut. Dann baue ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Netherrack ab und dann können wir weiter erforschen. Ne? Wir können hier ja ein Portal hin machen. Dafür brauchen wir erstmal Obsidian. Ja, wir können hier in die Mitte noch so ne kleine... das Portal hin machen unter so ne kleinen Unterschlupf. Und wenn das nicht zu weit weg ist, können wir dann ähm... das ist die beiden irgendwie verbinden. ähm... also die... äh... unser Home... ähm... unser Haus... ähm... die beiden Portale und... so ne sehe ich alle drei. So. Das Portal könnte... ja... das Portal könnte man da hinten hin machen. In dem einzelnen Raum da. Ja. Aber ich glaube das ist... das ist da doof, weil... da ist ne Treppe und sonst kommt man nicht mehr hoch da. Egal, das können wir dann gucken. Aber erstmal brauchen wir dafür Obsidian. Hier. Ja. Gut, ich hole jetzt kurz ein bisschen Netherrack und dann können wir weiter. Ja. Boah, verschänderisch diesen Netherrack mit der Diamantspitze abzubauen, aber egal. Oh. Oh. Wie übertrieben schnell das auch geht. Hammer. Ey. Was? Du hast nur einen eingesammelt. Egal. Halt so wild. Oh. Doppelt so wild. Hehehe. Oh. Puh. Gott, meine Spitzhacker hat gar nicht mehr so guten Zustand, ey. Wir können jetzt erstmal hier ein bisschen im Nether bleiben. Dann ist das auch wie so ne Art Überlebenskampf, dass wir erstmal nicht zurückgehen. Ja, genau. Dann ist alles noch ein bisschen... Oh, toll, da ist so ein Flammenvieh zwischen unseren Häusern. Mann, die sind ja richtig scheiße. Das töt ich jetzt. Mist, die können ja auch fliegen, stimmt. Hehehe. Toll, was macht man dann? Gar nichts. Ah, das war ein kritischer Treffer. Ja. Puh. Vor allem brennen die Sachen dann hier immer und hör nicht mehr auf. Das ist richtig nervig. Ne? Ja. Na toll. Ja. Gut. Ich mach mal zu... Bist du soweit? Gut, gut. Oder... Ähm... Ja, an sich schon. Mann, toll, jetzt hast du meine Kiste Buggy gemacht. Ne, doch nicht. Gut. Dann komm. Ich war in der Kiste dran. Dann komm. Ja. Hoffentlich finden wir überhaupt zurück, ey. Ja. Einfach weiter. Die schießen auch voll schnell, ne. Nicht so langsam wie diese anderen Ghasts, zum Beispiel. Mhm. Oh shit. Warte. Ich hab fast kein Leben gehabt. Okay, schnell zurück. Das war aber nix. Voll viele, ey. Und wir haben... Kein Fire und Bowen. Gibt's in Nether nicht auch Gravel? Aber Federn gibt's ja nicht, Mist. Hm, keine Ahnung. Wollen wir jetzt das nochmal probieren, oder? Ja, ich muss kurz mein Leben vollrecken, warte mal. Hm. Immer dieses Nether. Da unten ist so'n Schleim. Wo? Warte. Da hinter dem... Oh, ich glaub den siehst du jetzt nicht mehr. Hinter der Säule, da. Mist. Schade. Hier sind wir doch gekommen. Oder nicht? Sind wir nicht von hier gekommen? Ne, ich glaub einen weiter, aber hier ungefähr war das, ja. Warte, lass mal gucken wie ich das für uns noch... Doch, dahin ist doch die Lava. Ah ja, hier ist doch auf der Aufstieg. Guck. Genau. Ah, hier ist es. Ja, dann ist ja gut. Du bist ja direkt dran, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Was machst du da, Selbstmord? Mein Leben ist jetzt voll. Ja, ich hab mal... wollte mal Selbstmord machen. Hatte grad Lust dazu. Puh, ja. Ist auch immer mal was Feines. Ab und zu. Hä? Ah. Das ist ja richtig scheiße, dieses Viech, ey. Brauchen unbedingt Pfeilen und Bogen. Und ich hab gar nicht mehr viel Leben. Ist das tot? Ne. Da unten ist es. Fuck. Oh, ich glaub ich sterb jetzt. Ne, gut. Glück gehabt. Oh Gott, das war ja richtig lack. Verlackt und zugenäht. Erstmal... Leben regenerieren und was essen. Puh. Ich wollte hier so einen kleinen Abstieg machen. Ah, das Teil ist ja immer noch. Ja, und es ist buggy. Na toll. Es buggt in dem Zaun rum. Oh, oh. Ich glaub ich sterb jetzt. Ach gut, es ist tot. Nein, das Viech stirbt. Warte, ich will das machen. Mann. Na gut. Mann. Warte jetzt. Du hast mich fast in die Lava geschubst. Ich stand hier nur. Ist doch wahr. Ey, was machst du? Ich will den haben. Mann. Du hast mich fast in die Lava geschubst. Du bist ja doof. So. Wieso? So ist es doch gut. Ja, ja. Schiebst es dir immer so zurecht wie es haben willst. Ja, ist doch gut. Ja. Wollen wir uns jetzt noch mal raus wagen oder überhaupt jetzt nicht? Dann los. Oh. Eigentlich solltest du es in der Mitte machen, aber egal. Oh ja. Boah, wie weit die Sicht hier ist. Guck mal hier. So einen offenen Bereich hatte ich selten in der Reihe. Guck mal. Das ist voll geil. Wie hoch hier die Decke ist, ey. Ja. Hammer. Guck mal gerade an die Decke. Okay. Und dann stell dir vor, das ist der Boden. Nö. Das ist voll krank. Ja, wir wollen jetzt aber weitermachen. Guck, da hinten sind so große Sachen. Hier müssen wir jetzt irgendwie absteigen. Hm? Ja, guck mal. Da sind so richtige Sachen. So anders als hier. Hier sind so solche Brücken und da sind so richtige Gebäude, glaube ich. Okay. Das sieht für mich jetzt so aus. Für dich nicht? Also durchgezogene Sachen bis nach unten. Doch, aber wie wollen wir da hinkommen? Ich weiß es nicht. Kann man da nicht einfach mit Sprinten hinspringen? Ich weiß es nicht. Oh. Ähm. Das werden wir im nächsten Part erfahren, ob man da mit Sprinten hinspringen kann. Ähm. Ja. Nächsten Part geht es weiter im Nether. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.